es ist wo sind jetzt welches gebäude möchte möchtet ihr denn kaputt haben was kannst du denn anbieten was hast du denn so im angebot sag mal an mir egal ich nehme alles was du möchtest den hat jemand kaputt gemacht ja hat wohl einer C4 angeklatscht oder so also so gut wie gar kein schaden ist scheiss C4 naja bringt ein gebäude auf 60% runter circa je nachdem welches es ist ja irgendwie nicht entschärfen macht man nicht ich habe gerade mal wieder eine bombe gefunden stell dir vor hau ab nein und du auch oh Gott, nicht schon wieder wie ich diesen Satz hasse na Nein. Die scheiß Minen. So weg da. Redmond Barnery in der Ratsbank. Du hast 15 Sekunden, um die unverschämter Distanz zu entfernen. Moment. Ich hab hier die Knarre, hier... Ah, okay. Ich glaub, eure Raffinerie ist gleich im Arsch. Ich hab grad andere Probleme. Yeah. Ich hab eure Raffinerie gesprengt. Brauchen wir eh nicht. Geld gibt's nicht mehr. Back to file. Oh nee, oder? Jetzt explodiert sie. Toll. Naja, du musst wait 267 Sekunden. Fick dich doch. Ich frecke dich also mit Iron Cannon, ist okay. Super, jetzt hab ich wieder zu extra noch die Dings gekauft. Den Trooper und die Panzerung und Dings. Und dann kann man Iron Cannon. Ja, und Rocket Beam hatte ich auch noch. Rocket Beam, ja, nein. Ich mein, Tomic Bomb-Ding, Scheiß, was auch immer. Dann killst du mich mit einem Scheiß, Jon. Wack zur Hölle. Oh, ich kann gleich noch eine kaufen, cool. Wieso kannst du noch eine kaufen? Musst du da nicht warten? Ich muss noch 13 Sekunden warten. 10 Sekunden warten. 6. Das letzte war Rassismus. Wir müssen hier schnell anziehen. Ich geh nicht bei mir für schneller. Ich brauchte nie mehr weiter, um die zu legen. Um ein Gebäude zu finden. Ach scheiße, meine Phasma Cannon braucht noch ein bisschen, bis ich sie kaufen kann. Wo sie sich hier keine Score anzeigen lassen kann, ey. Kannst du doch. Wie denn? Weiß nicht, was jetzt Standard ist. Tab habe ich auf jeden Fall die Karte. Vielleicht F1 oder so. Obwohl, nee, F1 ist glaub ich, nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du kannst nicht save, weil du in einem Endgame schaffst. Du kannst nicht save, weil du in einem Endgame schaffst. Du wirst keine Ahnung. Nee, das geht wohl nicht zumindest. So ein Rassismus hier. Boah, was? Wies meine Plasma Cannon, gib schon her. Oh, was zur Hölle? Ich weiß immer noch nicht. Ach dahin? Und gib schon diese blöde Plasma Cannon her. Zielkreuz wäre nicht schlecht. Bei genauer Überlegung wäre das echt vorderlhaft. Bei genauer Überlegung wäre das echt vorderlhaft. Das ist eine Taschenlampe, dass ich die Gegner mal sehen kann. Ich muss da was ändern. Das ist doch schon nix. Ihr habt keine Chance mehr irgendwie, weil dein halbes Team Rage quitt quasi. Sehe ich so mehr? Nein, die Ecken sind nur noch dunkel oder wie ich sage. Was machen die Rage quitt? Hä? Ja. Scheiß Noob Team hier. Ich habe keine Kohlen mehr. Ihr seid nur noch 7 und wir sind... Ja. Auf jeden Fall dort nicht mehr. Oh, ich darf mir eine Plasma kaufen. Okay, jetzt ist es echt ein wenig hell. Boah, das tut... Und ich sehe in den Dunkelhöhlen immer noch nix. Wow, warum sind da Monster? Warum sind da so kack Monster? Warum sind da so kack Monster? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber irgendwie sind wir, glaube ich, leicht im Nachteil. Ja. Und das passiert immer dann, wenn die... Leute einfach... dein Team im Stich lassen, weil sie... ein Gebäude verloren haben. Super. Kaun, dass es nicht läuft. So, jetzt bin ich auf deinem Team mit nur von Leuten. Ja, super. Die Web ist jetzt ewig hell. Muss ich es ja runterdrehen. So ist gut. So sehe ich... Ich sehe endlich mal gescheit was. Es ist ja geil. Vote fail. Ja, die haben für eine Map gewotet. Das hat... ist aber fehlgeschlagen. Wollten sie nicht. Ist ja auch ne Scheiß mit was die gewotet haben. Jetzt sind wir in einem Team. Ja. Ich kann es ja gar nicht mehr Let's Battle nennen. Das muss ich es ja... Let's Battle to Gesser nennen. Alles zusammen. Kommt beides vor. Let's Fail Battle to Gesser Challenge. Ja, genau. Oder so. Keine Ahnung. Aber die Map kenne ich auf jeden Fall. Map 01 sollte man wohl kennen. Kriegspiel. Ich glaube das ist nicht die Raffinerie wo ich jetzt hin gelaufen bin. Wo bist du denn hin gelaufen? Äh... Doch es ist die Raffinerie. Überraschend. Das überraschende Kerl zählt. Ich sag mir jetzt erst mal in Cold. Jo, muss sein. Boah, die schießen schon wieder mit Raketen auf mich. Scheiß Rassisten da. Ah, ich seh dich. Kann man sich gegenseitig töten? Nein. Kann man nicht. Ey, läufst du da schneller wenn ich dich treffe? Stößt dich das nach vorne? So ein bisschen schon. Ich beschleunige deine Arbeit mal wegen der... Ja. Jetzt muss ich nur noch ein Zielkreuz einstellen. Geht das? Ja. Ja. Fahrendwurst gibt's ja auch. Wer vorne darf glaube ich. Stößt, ich hab jetzt gleich mal einen. Äh... Wenn ich's finde. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Was ist los? Hörst du angegriffen? Nein, zu viele Einstellungen. Doch, ich wurde angegriffen. Was passiert überhaupt beim Handicap einstellen? Hat das irgendeine Auswirkung? Mach das bloß nicht. Warum? Was passiert dann? Weil du... Ja, wenn du zum Beispiel 10 Help einstellst... Also 10 einstellst und startest du nur mit 10 Help. Aha. Was ist Handicap 200er? Geht nicht. Uuuuuh. Ist ja scheiße. Obwohl ich glaube, dass AOW Handicap eh ignoriert. Achso. Ähm... Crosshair, yeah! Ja. Zirkel? Angel? Oh Gott, ich sammel hier und sammel hier und sammel hier Geld und äh... Ja, jetzt brauch dich mal locker. Ich komm ja schon und blockier dich die ganze Zeit, es sind immer weiter Combs. Jetzt spielen wir mal richtiges Commanding Conker. Komm her, ich block dich. Ich block dich, du scheiß Noob. Oh, da hat jemand Zanzsäge gebaut. Die haben so einen scheiß Orca in der Basis. Orca? Ja, ein Orca. Geht auch noch. Das Feld irgendwann mal leer? So, ich sorg jetzt erstmal für einen Power-Up Cache. Äh... Okay. So, bleib doch da. So. Ich will jetzt einen Power-Up. Das ist doch kein Power-Up Cache. Da brennt einer, wie lustig. Pfff... Da brennt einer und schreit. Es ist lustig. Jo. Funktioniert auch mit chemischen Waffen. Ja. Was sagt denn die Uhr? 46. Ja. 10 Minuten hab ich noch. Scheiß Ansicht da, ich lauf lieber. Warum hat man eigentlich nur als Delfenmeister? Voll der Mist. Ich hab nur Fäuste. Scheiß. Vielleicht musst du die Waffe wechseln. Nee, ich hab irgendwie nur Fäuste. Vielleicht Munition alle? Fürs Messer. Seit wann brauchen Messer Munition? Ach so. Weil du von Fäusten gesprochen hast. Ja nee, ich wollte nur wissen, warum ich kein Messer hab. Sondern nur Fäuste. Hier, ich hab'm Rang bekommen. Egal. Scheiß drauf. Ah. Was piepst denn da schon wieder so? Vielleicht sollte ich mal ein Gebäude sprengen. Gebäude sprengen ist völlig überbewertet. Puh. Da schießt mich einer wieder Tiberium dran. Verstehen wir uns im Tiberiumfeld. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Scheiß. Fehlt mir das Geld für Safety. Das ist ja ärgerlich. Ich muss noch mal ein bisschen Rucksäcke sammeln und so. Yeah, Rucksäcke. Wir gehen auf Wandertour. In die Berge. Sommercamp. So. Ist der kann jetzt tot? Nein. Oh, wir werden beschossen. Was? Wie soll der mich g'sehen? Ach, der hat auf den Kalender weggeschossen. Toll. Ist es nicht schön? Ab, Wolverine. Ich will dich hier nicht. Lalalala. Du musst wait so 141 Seconds. Mit der Scheiße. Wer hat da schon wieder Ionenbombe? Na, ich hab die. Wieso Ionenbombe? Das sind Werfer und keine Bombe. Ach so. Ach so, du meinst vom Jackanaut das Ding oder was? Nee, ich meine das Ding du nur kaufen kannst. Äh. So, nun kann ich mit Safety kaufen. Hm. Ja, scheiße, er hat nicht gesehen. Oh, die haben schon eine Mini-Raffinerie gekauft. Was ist das denn für ein Kack? Was? Haarschunk hier. Die haben schon eine Mini-Raffinerie. Was ist denn eine Mini-Raffinerie überhaupt? Ne, wir nicht. Mehr Kohlen. Mehr Kohlen. Was willst du denn mit Kohle? Die Beere um uns zu sammeln. Oh, was steht denn da jetzt so ein Scheiß für Irrit? Warum? Boah, wie sieht er mich immer? Was ist denn Mist? Guck mal auf deine Füße, die machen. Was machen die? Wenn du läufst, guck mal auf den Boden. Dann weisst du, warum die dich sehen. Der letzte Staubwolken? Wie scheiße ist das denn? Hättest du denn den Mist ausgedacht? Boah, was ist das denn? Äh, was machen wir denn? Was waren das denn für Turrets? Was ist Mastreifer? Ach, das ist dieses komische Ding. Holy Shit. Alter, haben die die Turrets verstärkt oder was? Vielleicht. Kommt mir so vor. Wie viel Schaden die gemacht haben. Übel. Das muss so sein. Aber wieso lebt der Kerl da hinten drin so lang? Oh, die Säcke campen bei unserem Cyberium Feld. Ja, ich weiss. Der Kerl steht ja schon die ganze Zeit drin. Einer, zwei. Was heißt noch einer? Ja. Was hab ich die Knarre aufgesammelt? Äh, wo ist mein... Wo ist meine? Mastriver. Yeah. Ist da oben noch einer? Lass uns bei den anderen aufschauen. Was? Plasma Cannon? Oh, toll. Ich freu mich. Ich weiss. Ich weiss. Ähm. Irgendwas was man über Mastreifer wissen sollte? Gut, gegen Mechs. Und wie sieht's bei Infanterie aus? Und äh, mit Altfeuer... ...machst mehr Schaden gegen Mechs. Yeah, und gegen Infanterie? Nur wenn ich treffe... ...machst ja prima Feuer nehmen. Und macht zwar schon recht gut Schaden, aber... ...es ist halt ne Anti-Mechs-Waffe. Was schießt der denn da? Komische Strahle. You failing? Oh, eigentlich muss man die Raffinerie sprengen. Wo haben sie die denn? Bringt denen zu viel Geld, die muss weg. Ich bin total verwertet. Ich wäre natürlich auch nicht gut gehört, dass wir selber mal eine bauen. Blitze. Wäre natürlich auch ne Idee, ne? Ach. Völlig unnötig. Gib mir das Beacon. 9 Sekunden. 5... 3... 3... 2... 1... Gib mir mal her das Ding. Äh, und... ...dann brauchen wir noch... ...Snelftruber. Ne, ich will das Messer haben. So, jetzt muss ich noch die Basis finden. Oh, das ist nicht schwer. Einfach den Schissen hinterherlaufen. Da, wo es knallt, bist du richtig. Ja. So ungefähr. So. Hier knallt schon mal ganz schön mächtig. Ich brauche jetzt ne Mini-Raffinerie. Es geht mir viel zu langsam mit dem Geld hier. Du bist so fixiert auf dein Geld, ne? Klar, ich brauche jetzt ne Mechon. Hallo Obelisk, du willst nicht auf mich schießen, du willst nicht auf mich schießen. Bravo Obelisk. Was sind die Raffen herüber denn? Da liegt ein Toter. Der ist ganz schön blau, du. Warfactory. Oh. Da hat sich überall seine gefaut. Oh man, ey. Der hätte ich mal vorgewissen sollen. Da steht grad einer. Der soll sich verpissen. Zum Glück hat er mich nicht bemerkt, du. Er repariert alles. Ich platziere eh gleich die Jungenbombe, dann ist Feierabend. Nein. Also vielleicht. Wenn es sich nicht mal verpisst, aber der revendiert ja andauernd. So. Geh wieder raus. Ihr habt jetzt noch nicht erweiterte Mechs geholt. Dann werd dich böse. Oh, ich hab nen Timegun bekommen. Oh, geil. Du brauchst du Unterstützung zufällig. Hm, ich bin in der Warfactory. Ich komm da mit meiner Timegun hin. Oh, ich liebe solche geile Power-Up-Kisten. Oh, drei Leute. Ich bin tot. Oh, ich hab' das. Oh, wow. Das waren eben vier Leute in meinem Raum. Ja, toll. Vier Stück, wow. Ja. Ja. Die waren wohl nicht so ganz begeistert von der Eier. Ja, es kam der eine Typ mit, was sehe ich, Raketen-Waffsade aus? Keine Ahnung, irgendwelchen roten Strahlen hat das Ding auf mich geschossen auf jeden Fall. So. Dann kam der nächste. Der hat dann auch irgendwie was anderes gehabt, Maschinengewehr oder so. Weißt du, dann war ich tot und hab noch zwei andere gesehen, die da so drin, guck mal. Wow, die Turrets halten nur zwei Schüsse von meiner Timegun aus. Geil. Dann wär' ich erstmal die ganze Abwehrscheiße hier kaputt machen. Also, fünf Minuten hab' ich noch. Dann muss ich mal kurz pausieren. Oh. In fünf Minuten schaffen wir's nicht, den Gegner zu zerstören. Ach, das macht doch nix. Man braucht doch nicht immer neue von dieser scheiß Turrets da, ey. Man, die Utility Guide töten. Komm, lauf, schneller. Wo ist denn der jetzt? Blödes Feuer. Für Coal, komm, ey, ich bin... Ja, ich hab' ihn. Da schießt irgendjemand Baracks. Ach, zur Hölle schießt du denn auf mich? Ich muss ja erstmal an ihn kaufen. Fick dich. Oh, ich...